Final Redemption! Oh, es ist Weihnachten. Das ist nur eine Silikonpistole. Also ich ergebe mich. Nichtsdestotrotz, Final Redemption. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Es ist ein wunderbarer Tag, um etwas zu Ende zu bringen. Etwas zu Ende zu bringen, was sich viele Leute lange gewünscht haben. Was ich mir lange gewünscht habe. Was das Schicksal zerstört hat. Hä, was labert der? Wir haben vor, ich glaube es ist zwei Jahre her. YouTube baut mit einem Jahr, aber das macht keinen Sinn, weil letztes Jahr um diese Zeit stand ich in meiner zweiten Werkstatt, nicht in der ersten. Wir haben da eine Kommode gebaut. Und wir sind nie fertig geworden. Und in der Zwischenzeit sind wir zweimal umgezogen. Die Werkstatt ist zweimal umgezogen. Und von unserer liebgewonnenen Kommode ist nicht mehr viel mehr übrig, als dieses Untergestell, was wir damals auch gebaut haben. Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Projekt abschließen. Einfach weil Hanna ungefähr alle drei Monate sagt, die Kommode, die du mal bauen wolltest, hätte ich ja immer noch gerne. Dann denke ich mir, ja, das wäre natürlich nicht ganz schlecht. Und besser als so ein halbes Gestell ist es auch. Deswegen wollen wir genau das machen. Wir werden das Untergestell einfach so behalten, wie es ist. Wie wir das gebaut haben, seht ihr in einem sehr, sehr alten Video von mir, was ja ganz anders ist als heute. Und wahrscheinlich hätte ich dieses Gestell heute auch ganz anders gebaut. Nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist und wir wollen diese Kommode fertig bauen. Wir werden also jetzt den Teil 1 dieses Videos, den Korpusbau, ein wenig wiederholen, weil wir den Korpus nochmal neu bauen müssen, weil er, wie gesagt, durch die Umzüge leider kaputt gegangen ist. Wie wir das machen, was wir dafür brauchen und was wir diesmal anders machen, das sehen wir drüben im Maschinenraum. Genau wie damals wollen wir auch heute Multiplex benutzen. Multiplex ist ein schöner Werkstoff, der spannende Eigenschaften hat, die wir uns später auch noch anschauen wollen. Das erste Wichtige ist, wenn wir eine Multiplex-Platte bearbeiten, sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass irgendeine dieser Kanten wirklich tippitoppi ist. Also machen wir als erstes hier einen kleinen Schnitt, um zumindest diese Kante schön zu machen und setzen unsere nächsten Schritte dann daran aus. Das Schöne ist, dass so eine Multiplex-Platte im Halbformat ziemlich genau 125 cm und 1 mm lang ist, was auch damals genau das Maß war der Kommode. Denn wir schneiden jetzt einfach drei Streifen hier raus, die dann Deckel, Boden und Seite formen werden. Wie gesagt, vorher sägen wir einmal die gerade Kante dran, damit alles andere halbwegs passt. Von der Maserung passt es so. Das muss man natürlich auch mal gucken. Die Maserung läuft jetzt auf dieser Platte, auf dieser Deckschicht von Anschlag zu mir. Das heißt, wenn wir das später als Korpusrahmen haben, würde das, wenn wir in Massivholz denken, auch in die richtige Richtung laufen. Ist jetzt sehr theoretisch, aber der eine oder andere wird schon wissen, worum es geht. Wir schmeißen also jetzt die Säge an. Ein Glück habe ich jetzt Richard. Nicht mehr wie früher, da musst du solche Platten alleine anfassen. Das heißt, wenn ihr eine zweite Person seht, es ist Richard, aber ihr kennt Richard alle schon. Vor zwei Jahren war er noch nicht dabei. Aber jetzt. Also Absaugung an, Säge an, go. Da wir den Korpus genau wie früher bauen wollen, werden wir an diesem Punkt noch nichts verändern, was aber sehr schlau wäre. Wir wollen ja möglichst genau die ganze Länge behalten. Das heißt, wir müssen jetzt unseren ersten Gehrungsschnitt so ausrichten, dass wir möglichst wirklich perfekt hier auf der Kante landen, damit wir jetzt nicht schon Millimeter verlieren. Ganz ehrlich, ich mache es jetzt nur so, weil wir es früher auch so gemacht haben, wir, wie gesagt, das einfach in gewissen Maßen reproduzieren wollen. Wenn ihr das macht, nehmt euch einfach ein Maß, was ein bisschen kleiner ist. Dann habt ihr jetzt nicht so viel Stress. Nehmt zum Beispiel einfach 124 Millimeter Zentimeter. Dann erspart ihr euch diesen Stress hier. Wir haben es jetzt aber erstmal soweit eingestellt. Sägen also jetzt die Gehrung und wir sehen, ach wie schön, unsere Multiplex-Platte. Die wackelt, aber ist nicht so schlimm. Wir drücken einfach hier, dann passt das. Wir drücken einfach hier, dann passt das. Wir bauen zwar etwas von früher und wollen es auch ähnlich nachbauen, aber wir wollen auch ein paar Sachen völlig anders machen als sonst. Deswegen müssen wir jetzt diesen Mittelboden auf die gleiche Höhe schneiden wie das fertige Innenmaß am Ende. Und das ist natürlich eigentlich relativ einfach zu messen. Das Problem ist natürlich oft, wenn wir jetzt versuchen, hier unser Maßband an diese Gehrung anzulegen, das geht nicht ganz so gut. Also legen wir einfach hier bei 10 an und messen dann rüber. Dann können wir sehr genau messen, welche Länge wir nun tatsächlich brauchen. Und dann können wir unsere Mittelband auch schon auf das fertige Maß in der Höhe zuschneiden. In der Tiefe noch nicht, denn wer das alte Video kennt, weiß, da kommt doch noch was. Da kommt auch noch was. Deswegen schneiden wir jetzt erstmal nur die Höhe, die Tiefe kommt später. Das sind jetzt die fünf aktuellen Bauteile, die wir haben. Ganz wichtig, was ich normalerweise auch immer sage, ihr könnt jeden dieser Schritte auch mit anderen Maschinen machen. Ihr könnt eine große Multiplexplatte hervorragend mit einer Tauchkreissäge aufbrechen. Ihr könnt es auch mit einer kleinen Tischkreissäge machen, aber da würde ich dann doch ja die Tauchkreissäge nehmen. Ihr könnt natürlich all diese Schnitte, diese Winkelschnitte auch mit einer Kapp- und Gehrungssäge machen oder auch mit einer Tischkreissäge. Es ist also völlig egal, ihr braucht keine Formatkreissäge. Was wir jetzt machen, was ihr sehr gut mit einer Oberfräse machen könnt oder auch mit einer Tischkreissäge ist, wir brauchen einige Nuten. Denn genauso wie früher wollen wir auch dieses Mal Schiebetüren haben. Wir wollen aber auch eine Rückwand haben. Dafür brauchen wir einen Falz. Falz ist eigentlich auch nur eine Nut, die am Ende ist. Also sozusagen eine offene Nut, eine geschlossene Nut ist eine Nut, eine offene Nut ist ein Falz. Wow. Nenn es wie ihr wollt, Hauptsache ihr wisst, was ihr macht. Was wir jetzt nur einmal überlegen müssen, ist A, wie sind die Teile orientiert. Und wichtig, bei den Schiebetüren muss man natürlich immer einmal gucken, wie sollen die laufen. Weil wir uns die Schiebetüren erst in einem nächsten Video angucken, werden wir da nochmal etwas detaillierter drauf eingehen. Wichtig ist, dass wir von vornherein uns klar machen, wir brauchen zwei Schiebetüren. Und wenn die hintereinander vorfahren sollen, dann brauchen wir auch zwei Nuten. Diese zwei Nuten müssen in einem Abstand sein, dass die beiden Türen möglichst schließen, aber sich natürlich nicht berühren. Wir wollen ja nicht, dass die immer einander schrabben. Wie gesagt, wir gehen auf die Maße der Schiebetüren dann ein, wenn wir die Schiebetüren bauen, weil daran passt mir das Ganze nochmal an. Wählt also ein Maß, was für euch passt. Welches genau ich nehme, werde ich euch gleich sagen, wenn ich selber drüber nachgedacht habe. Ich gucke mir das jetzt selber erstmal einmal an. Dann sägen wir die Nuten mit der Formatkreissäge und dem Flachzahnsägeblatt. Und go! Wenn wir jetzt unsere Falz sägen für die Rückwand, und da müssen wir ein bisschen umdenken. Zuallererst haben wir hier einen erweiterten Anschlag, damit wir nah genug ans Sägeblatt rankommen. Das habe ich aber auch schon des Öfteren erklärt. Das andere ist, wir müssen jetzt ja sozusagen mit der Fräs, in diesem Fall Schnitthöhe einstellen, wie tief die Rückwand drin sitzt. Und die soll ja möglichst bündig sitzen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen kontrollieren, dass Sägeblatthöhe und Materialdicke ziemlich übereinstimmen. Und das können wir so relativ gut testen, indem wir einfach einen Abschnitt neben das Sägeblatt legen und gucken, steht der Zahn hier über? Bei mir steht er mini, mini, mini malst über. Das ist mir allerdings lieber, als dass er im Zweifelsfall nicht weit genug rausguckt. Ich kann also genau die Spitze des Zahns jetzt hier noch fühlen. Dadurch wird die Rückwand am Ende sehr schön sitzen. Also packen wir das weg, sägen das Ganze. Und wichtig, jetzt gerade war der Noteaus an. Jetzt machen wir den Noteaus aus. Und jetzt machen wir den Sägeblatthöhe. Jetzt machen wir den Sägeblatthöhe. Im Vorfeld habe ich gesagt, dass wir einiges anders machen und wir machen auch etwas anderes. Das erste, was anders ist als sonst, wir arbeiten mit Multiplex und wir arbeiten mit dem Lamello-System. In diesem speziellen Beispiel mit der Tenso-Verbindung. Die haben wir auch in der Vergangenheit schon mal benutzt. Ich sehe sogar das Möbelstück, wo wir es gemacht haben. Allerdings war das Massivholz und das ist etwas, worüber man jetzt einmal nachdenken könnte. Viele werden jetzt nicht wieder sagen, Pots Blitz, packst du Plastik ins Holz, das ist Sondermüll. Moment, in Multiplex ist schon jede Menge Plastik drin, denn diese Schichten Holz sind ja nicht zusammen, weil sie befreundet sind, sondern weil sie verleimt sind. Relativ großflächig, weil wir ja diese ganze Platte verleimt haben in Schichten. Das ist auch mit der Grund, warum ich sage, ich glaube, dass das ganze Lamello-Verbindungssystem sehr gut ist in Verbindung mit Platten. Einfach weil wir da sowieso schon ein bisschen in einer anderen Art zu arbeiten sind, als das bei Massivholz nun der Fall ist. Ihr müsst das nicht so sehen, wie ich das sehe. Ich wollte euch nur sagen, wie ich es sehe, damit ihr es versteht. Der Tenso ist super geil, so wie ganz viele andere Lamello-Verbindungen auch. Einfach, weil er sozusagen für uns das Verspannen der Verbindung übernimmt. Wir stecken das Ganze gleich zusammen und dieser Federmechanismus macht klapp und es ist zusammen. Das ist also nice. Wie gesagt, Plastik, Holz, das haben wir auch geklärt. Also können wir das Ding jetzt verleimen. Yuhu! Yuhu! Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen Arbeit später sind wir eigentlich wieder da, wo wir vor zwei Jahren schon mal waren. Nur ein bisschen hübscher, weil sich natürlich die eine oder andere Fähigkeit etwas weiterentwickelt hat. Was ich sehr schön finde, ist nochmal, dieses Möbel ist ganz anders gemacht als ganz viele andere Möbel, die wir hier bauen. Das sehen wir auch an der geschossenen Rückwand. Aber auch das ist etwas, was völlig legitim ist. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das Möbel steht sowieso an der Wand. Wand, anders als das alte Möbel, was wir geplant hatten, was hinten ja offen war. Weil da war immer der Plan, dass man von beiden Seiten das Möbel bespielen kann, weil es in der Mitte des Raums stehen sollte. Wir haben aber festgestellt, nein, Wand. Deswegen Rückwand, was ihr noch gleich seht, wenn ihr von hinten guckt oder ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben hier so einen kleinen Streifen, der einfach frei ist. Das liegt daran, dass die dünne Sperrholzplatte einfach nicht lang genug ist, um diese ganze Spanne abzudecken. Und man hat ja im Design immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, oh nee, ein Fehler. Oder man sagt, hm, ein Fehler. Daraus mache ich ein schönes Detail. Und darauf kommt es am Ende an. Ich finde, dass das ein sehr, sehr schönes Detail ist. Einfach, weil wir hier die Multiplex-Bahnen haben, die in verschiedene Richtungen laufen. Dann haben wir eine Bahn, die etwas nach hinten versetzt ist und sehr schön in die andere Richtung läuft. Ich finde, das sieht sehr, sehr spannend aus. Das ist eine dieser Sachen, die Multiplex, finde ich, sehr, sehr besonders macht. Diese Vielschichtigkeit, dieses Linienbild, was sich ergibt, was in den Gehrungen spannend aussieht und was halt auch in solchen kleinen Details hier hinten sehr, sehr spannend ist. Da ist sie nun. Klingt auch ganz gut. Eine Trommel wird es nicht, aber es soll ja auch eine Kommode werden. Wir können jetzt also am Mittwoch hierfür zwei wunderschöne Schiebetüren bauen. Und genau das machen wir auch, denn wir wollen die Kommode vorsichtig endlich fertig machen. In diesem Sinne ist das Teil 3, aber eigentlich Teil 1. Und mit Teil 4 geht es dann wohl weiter. Hoffentlich nicht erst in zwei Jahren, sondern wie gesagt am Mittwoch. Bis dahin, haut rein, baut das nach, macht mal was anderes. Tschüss!